Ich weiß auch nicht, in welchem Anfang von Selbstüberschätzung ich mir das jetzt eingebracht habe, aber in wenigen Minuten werde ich mein erstes Radrennen machen. Hier in Strullendorf, oh die Leute schauen still aus, beim, wie heißt das Rennen? Dings, Kerber wahrscheinlich, Kerber-Kriterium. Ich bin echt gespannt, ich habe die Hosen auch ein bisschen voll. Ja, war jetzt irgendwie eine spontane Entscheidung, gestern bis nachts auf Nachtzeit gewesen. Und ja, jetzt mal gucken, was so geht. So, das Fahrrad ist gut, der Nachteil, ich habe schon länger Beine nicht mehr rasiert. Also da, da ist schon die Ausrede, wenn ich Letzte werde. Achso, ich rufe hiermit ein Ziel drauf. Das Ziel aus, oh, ich rufe hiermit ein Ziel aus. Das Ziel ist, nicht zu stürzen und nicht Letzter zu werden. Okay? Achso, ja, es sind 50 Runden. Eine Runde ist ein Kilometer lang. Es gibt irgendwie Sprintwertung, keine Ahnung, wenn die Glocke läutet hat nur eine Runde. Und dann geht es wieder schnell zur Sache. Das ist dann ganz schön schnell, ey. Oh, ob das was wird, ey. Du hast eine coole Kondition, ey. Du musst wegschauen, dass du wegfahren kannst, ne? Soll ich das probieren, ja? Weil Sprinten, weiß nicht, Sprinten bist du nicht so... Ich glaube, ich bin nicht der allergrößte. Ja, und erscheinige Erfahrung, ne? Deswegen musst du schauen, dass es vielleicht... Aber gut, es ergibt sich sowieso. Das ist nur die Frage, ob ich das dann checke, wenn sie es in dem Moment... Aber die Fahrt hat das Flugzeug gemacht. Die sind so kurz, ja. Na, Startkommando Bild, Fahrer fertig, ab! Ja, und mit der Reihe ist hier ein Wiederhundungstäter wie immer dabei. Wir fahren wieder aufs Rad und jetzt also das Feld wieder vereinigt. Nächste Runde Wertungsrunde, nächste Runde Wertungsrunde. Und hier die Abnahme. Da ist er, der Sieger. Zwei, zehn und die neunfinde zur Siegerehrung für Treffer und ist beim Sieger-Modest 30 Meter vor der Siegekurve. Sieg erwartet. Oh, hat Spaß gemacht. Da kam es auch im Siegte. Das wird raffen lassen, oder? Ja. Aber war gut. Wir sind bei den ersten Kurven, da hatte ich immer das Gefühl, ich fahre fast nicht rein, ne? Also vor allem wieder hinten, da kann man ja Vollstoff reinfallen. Das hat mir halt recht schnell an Sicherheit gegeben, dass ich merke, okay, gut, also ich hänge mich jedes Mal nach der Kurve zehn Meter dahinter. Und dann nach dem zweiten, nach dem ersten spüren, dass er dann auch voll angucken will ist und so. Okay, und dann nach dem zweiten spüren, dass ich mir dachte, okay, wenn Sie sich jetzt nochmal angucken, dann muss ich es halt probieren. Okay, klar? Platz zwei. BD Neckwald. BD Neckwald. BD Neckwald. BD Neckwald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020